Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Mittwoch, dem 22. Juli 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 857. Heute mit Microsoft Azure, Fritzbox 7530, Klimaneutral, Nikon Z5, Gmail und Meet und Videopodcast. Ich beginne gleich mit dem Azure-Geschichte von Microsoft. Die haben ja vor einiger Zeit Minecraft übernommen und das lief oder läuft immer noch fast komplett auf der AWS-Struktur, sprich den Amazon Cloud. Und das war natürlich Microsoft ein Ding, weshalb sie das natürlich unter anderem gekauft haben. Zum einen wegen des grossen Potenzials, der Beliebtheit des Spiels, aber natürlich auch, weil man das auf der eigenen Cloud laufen lassen möchte. Und damit dann auch zeigen kann, was man eben kann. Und mittlerweile soll es fast so weit sein, dass die Umstrukturierung auf die eigene Cloud auf Microsoft Azure abgeschlossen ist. Ich bin mal gespannt und freue mich schon auf meine nächste Runde Minecraft mit meiner Kleinen. Weiter geht's mit AVM. Die haben jetzt nämlich das Fritz OS 7.2.0 mittlerweile auch ausgerollt für die 7530 und für die 7520 für die beiden Fritzboxen. Wer noch einen Repeater besitzt mit der Nummer 2400, also 2400, der darf sich auch freuen. Denn auch für diesen ist das Update rausgehauen. Die ganzen neuen Funktionen wie WPA3-Verschlüsselung, also im Bereich der Sicherheit und dem besseren Funken oder Unterstützung der 100 Hz, Megahertz, WLAN-Kanäle, alles, all das Dinge, die sind jetzt auch auf dem Repeater und eben auf den zwei neuen Fritzboxen drauf. Ich freue mich, wie gesagt, dann, wenn meine LTE auch noch dazu gehört und dann bin ich glücklich. Bei Apple hat man ja mittlerweile schon so weit, dass die ganzen Stores und alles drum und dran klimaneutral läuft. Das heisst, die haben grosse Solarpaneelen oder grosse Farmen mit Solarpaneelen, die in Strom erzeugen und auch auf den einzelnen Gebäuden oder besser gesagt die Strombezugsquelle, wo sie das Ganze einholen, holen sie somit wieder raus. Und da will Apple jetzt nochmals einen Schritt weiter gehen, auch die Zulieferkette soll klimaneutral werden. Das heisst, all die Zulieferer, mittlerweile haben sie mit über 70 Zulieferern einen Vertrag ausgearbeitet, wie sie das Ganze umsetzen werden. Da arbeiten sie mit Ländern, mit Kommunen und eben auch mit den Firmen und auch Nichtregierungsorganisationen zusammen, um das Ganze bis im Jahre 2030 umzusetzen. Finde ich eine tolle Geschichte, vor allem auch, wenn man investieren möchte in eben eine grüne Geschichte, dann wird Apple immer interessanter. Zum einen, weil sie natürlich viel vorwärts machen, zum anderen eben, weil sie grün werden. Und ja, meistens dann halt auch auf andere abfärben, die das dann auch so umsetzen. Nikon hat mit der Z5 eine neue Vollformat-Kamera vorgestellt, die ab Ende August diesen Jahres auf den Markt kommen wird. Es ist das normale Objektiv, ein schnelles Suchfeld und das stabile Chassis, was man halt kennt, einfach zum Einsteigerpreis. Die ganzen anderen Details, die euch, die vielleicht fotografieren oder filmen, viel mehr interessieren, die könnt ihr nachlesen. Auf daily.eetalk.ch oder im Podcatcher eures Vertrauens findet ihr den Link dazu. Und zu guter Letzt hat noch Gmail was ausgerollt. Google hat die Meet-Plattform, also Google Meet, jetzt in Gmail integriert. Und zumindest unter Android kann man jetzt ganz einfach und schnell von Gmail in Meet wechseln und mit jemandem quatschen, mit jemandem Videokonferenzen abhalten etc. Somit baut Google mit Gmail seine Plattform, Videokonferenz-Plattform oder wie man es auch immer nennen möchte, deutlich aus und schließt somit auch mit anderen gleich. Und zu guter Letzt habe ich noch eine Neuigkeit aus dem Hause Spotify. Die haben in den letzten Jahren den Bereich Podcasts sehr stark ausgebaut. Jetzt bauen sie nochmals einen Schritt weiter. Neben normalen Audio-Podcasts kommen jetzt auch Video-Podcasts, zumindest in gewissen Ländern. Und natürlich bei exklusiven Inhalten, die nur Spotify hat, werden diese Video-Geschichten zuerst kommen. Wir dürfen mal gespannt sein, wie lange das geht, bis dann auch bei uns solche Möglichkeiten bestehen und oder bis auch normale Podcaster da ihre Video-Podcasts drüber laufen lassen können. Spotify ist der Meinung, dass die Zuschauer, oder besser gesagt, die Zuhörer eben auch Zuschauer sein könnten. Und ja, geht da halt ein bisschen weg vom Thema Podcast, aber das ist eine andere Geschichte. In diesem Sinne, besten Dank fürs Reinhören, wenn ihr mögt, vielleicht morgen wieder. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.